Hallo, aus aktuellem Anlass gibt es heute keine Hörbar, aber dafür haben wir uns entschlossen, einen Podcast zu wiederholen, der im September 2019 lief mit Rokko Schamoni, King Rokko Schamoni. Wir hatten tolle Sendungen, als wir überlegt haben, welchen wiederholen wir denn, den ihr nicht sowieso auf YouTube oder auf der Radio 1 Homepage oder über Spotify oder so bekommt. Und da ist uns dieser eingefallen. Der hatte sehr, sehr lustige und auch sehr nachdenkliche Momente und passt damit, glaube ich, ziemlich gut in diese Zeit. Also viel Spaß. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da mit einer neuen Episode der Hörbar-Rust. Radio 1 Hörbar-Rust Die Wiederholung Herzlich willkommen. Wenn Sie diese Sendung oder diesen Podcast regelmäßig hören, dann werden Sie wissen und spüren, dass ich mich auf jeden Gast freue. Und viele kenne ich schon und einige lerne ich kennen während der Sendung. Aber mein heutiger Gast ist in etwa so die Entsprechung auf einen Schokobrunnen. Hörbar-Rust. Und wuchs im kleinen Lütjenburg auf. Dorf Punks heißt das Buch, in dem er seine Kindheit und Jugend ziemlich unterhaltsam und erfolgreich beschreibt. Auch der Pudel-Club in Hamburg wird zu einer gewissen Unsterblichkeit beigetragen haben und seine Mitwirkung im Studio Braun oder die Zusammenarbeit mit Helge 00 Schneider. Über das Vergangene und das Aktuelle jetzt mehr. Herzlich willkommen in der Hörbar-Rust. Rokko Schamuni. Wenn es eine Sendung schon so lange gibt, dann darf man Leute, wenn sie besonders charismatisch sind, ein zweites Mal einladen. Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Ich freue mich sehr. Weißt du, wann das war? Ich habe in meinen Unterlagen gestöbert. Ich würde jetzt sagen, es war vor, willst du es in Jahren? Du kannst auch, also Stunden würde jetzt sehr lange dauern, das nachzurechnen, ob das stimmt, aber versuch's. Ich würde sagen, das war vor neun Jahren. Vor neun Jahren, das war 2010, das ist einfach. Nee, es war aber 2006, im Januar 2006. Krass. Woher weißt du das genau, weil du es aufgeschrieben hast? Weil ich mich da das erste Mal auf die Sendung vor, das erste Mal auf dich vorbereitet habe sozusagen und das Dokument sagt, träg dieses Datum. Krass. Also, dass du die ganze Vita, also quasi dieses ganze, dein ganzes Schaffen so jederzeit abrufbar hast, das ist bizarr. Ich update das jeden Abend und schließe das in so eine Zeitkapsel ein, die in unseren Keller eingelassen ist. Ja. Wie das die meisten Menschen wahrscheinlich machen. Ja, ja, das ich nicht. Um dieses Zeugnis abzugeben für spätere Generationen, weißt du? Ja, ja. Und du hast sicherlich auch irgendwo so ein altes Word-Dokument. Ja. Nein, aber tatsächlich habe ich mir diese Skizzen und diese Gedanken nochmal angeguckt von damals und bin auf zwei Sachen gestoßen, die ich mir nicht erklären kann. Und ich war auch zu ehrgeizig, ich wollte es nicht googeln. Ich habe gedacht, das muss ich dich in einer Sendung fragen. Stichwort eins. Der Elke. Woher hast du diesen Begriff? Das gibt es doch gar nicht. Na, ich habe damals natürlich auch schon meine Arbeit gemacht, aber ich weiß heute nicht mehr, was das war. Also der Elke ist eine Weihnachtsmannfigur gewesen, menschengroß, also ungefähr 1,50, 1,60 groß, die ich mit meinem damaligen Freund in Italien auf einer Wanderschaft am Straßenrand gefunden habe. So ein schrottiges Vieh. Und das haben wir durch die ganze Italien auf den Rücken geschleppt und dann eben durch ganz Deutschland zurück bis nach Lütjenburg und dort. Warum? Weil wir fasziniert waren von der Elke. Also erstmal, wieso habt ihr den der Elke genannt? Wer heißt denn der Elke? Deswegen, weil keiner so hieß, dachten wir, das wäre der passende Name für diesen zerfledderten Italo-Weihnachtsmann. Und dann kam er bei mir in eine Abseite rein. Und diese Abseite hat mein Vater, der mein Zimmer übernommen hat, irgendwann zugemauert. Und mein Vater ist jetzt gerade gestorben. Und oben in seinem Arbeitszimmer, weißt du, dort wo er immer gesessen hat, hinter der verschlossenen Mauer, lauert jetzt seit mittlerweile 35 Jahren zusammengesagt der Elke und wartet auf seine Befreiung. Das ist wirklich grotesk. Und es ist wahr. Oh Gott, der wird so... Also noch eine Frage dazu. Was ist der... Also ihr habt den mitgeschleppt. Ich verstehe, wenn der 1,50, 1,60 groß ist, selbst wenn er einen Meter groß wäre. Aus was hat der... Aus Stoff, aus ausgestopften... Was ist... Woraus besteht denn der... Oder bestand der Elke früher? Der Elke besteht garantiert auch jetzt noch aus mittlerweile stark deformierten, so, wie nennt man das, Schaumstoffbröseln. Also Styroporbrösel waren das da drin. Und außenrum so ein ganz billiger Italo-Plastikstoff und dann so Eieraugen, die obendrauf gemalt waren. Also sehr, sehr hässlich aus. Und wir haben uns sehr gefreut über ihn. Vielleicht sind da Drogen drin. Ey, dass du mich jetzt darauf auf die Idee bringst, wo es zu spät ist, ne? Wieso zu spät? Du weißt doch, wo er ist. Und er ist super versteckt. Aber ich bin drunter von dem Scheiß. Ach, das doch nicht zum Selbstnehmen, zum Verticken. Verticken. Den Elke verticken, meinst du dir ernsthaft? Nein, den Inhalt des Elke verticken. Du kannst da jetzt ganz modernen Füllstoff reinmachen und du vertickst die Drogen. Die Idee ist wirklich, wirklich... Also dass wir damals auf die Idee nicht gekommen sind, es spricht von einer unglaublichen Naibität. Und ich werde die Abseite aufbrechen. In Italien, hallo, du findest in Italien einen lebensgroßen Weihnachtsmann. Was kann ich sagen? Wer kann den nicht aufschneiden? Da ist entweder Drogengeld oder Drogen drin. Das ist wirklich dumm. Und es ist wirklich spannend, das jetzt zu tun. Und die jetzt wahrscheinlich von ihrer Wirksamkeit abgelaufenen Drogen... Ja, wird Heroin schlecht? Also was hat Heroin, was ist das für ein Verfalls? Mindesthaltbarkeitsdatum heißt aber nicht, dass man es dann wegwerfen muss. Nee, aber es wirkt nicht mehr gut. Man kommt tierisch schlecht drauf davon. So, und das ist der beste Übergang zum zweiten Rätsel, das ich mir auch nicht erklären konnte oder wollte. Berliner Trinkkäse. Was ist das? Das war interessant, denn beim Grenzübergang, der damalige Grenzübergang, an dem wir immer gestanden haben zum Abtrempen, der, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der direkt an der Grenze von West-Berlin in den Osten rein. Keine Ahnung, wie der Grenzübergang hieß, vergessen. Kennt wahrscheinlich jeder, der da getrampt hat. Und da gab es einen Laden, der hat Berliner Trinkkäse verkauft. Und wenn immer wir dort standen zum Trampen, sind wir da rein und haben uns dann irgendwie so Bier oder Wasser geholt. Und ab und zu hat jemand dann so eine kleine Tüte Berliner Trinkkäse mitgebracht, weil wir fasziniert waren davon, dass es sowas gibt. Das war wirklich sehr hartes Toys. Wir haben es auch nicht getrunken, aber wir haben es mitgenommen. Das ist, wenn ich das Wort sage oder höre, ist es richtig so, dass ich das kurz wegschlucken muss, weil mir so schlecht wird bei der Vorstellung. Und es war auch nicht so etwas, so ein kleines, es gibt ja manchmal so, man kommt an Orte und da wird da seit 500 Jahren von einer Familie etwas Spezielles, ganz Wundervolles gemacht. Sowas war das nicht. Das war in der Plastikverpackung und es roch übelst und vielleicht waren irgendwelche Reste aus irgendwelchen Käseverarbeitenden, die da geschmolzen wurden. Gott im Himmel, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Berliner Trinkkäse. Gut, so, jetzt sind wir warm. Das ist das, das wird gleich, gleich wird es anders. Ja. Ernst. Jetzt kommt dein erster Song. Just Don't. Ach ja, genau, den habe ich aufgeschrieben. Ich bin halt totaler Raphael Zadig-Fan seit vielen Jahren, schon seit seiner Band, die er davor hatte. Tony, Tony, Tone. Ach, der war das. Genau. Und wenn man so will, ist er im Soul, neben Pharrell Williams natürlich und einigen anderen, Michael Kiwanuka und so. Aber Raphael Zadig ist eigentlich der Chef, der Master, der ist eigentlich für mich so ein bisschen der Marvin Gaye, der Keyholder von heute im Soul. Und seine letzten Platten waren, da sind so wahnsinnig gigantische Hits drauf, die im Original-Soul-Sound, aber in den Melodien fast noch größer als von damals, unglaublich gesungen, rausgebracht worden sind. Und die Welt hat es zumindest in Europa irgendwie nicht mitbekommen. In Amerika gab es Hits, aber in Europa ist der in den Charts aber nicht aufgetaucht. Und das ist unglaublich. Der Song heißt Just Don't, mitgebracht von Rocco Schamoni, Autoregisseur, Sänger, Komponist, Schauspieler. Alles Allrounder, wie wir vorhin festgestellt haben. Radio 1, die Hörbar Rust als Podcast oder als Radiosendung immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Hier sitzt ein Gast, der uns acht Songs oder der mir acht Songs aus seinem Leben mitgebracht hat. Eins davon, einen Song haben wir eben schon gehört. Und jetzt gehen wir, jetzt marschieren wir durch das Leben von Rocco, der 1966, im Mai 1966, in Kiel wurdest du geboren. Und bist aber in Lütjenburg aufgewachsen. Das ist so ein Ort bei Kiel. Wie viele Einwohner? 5.000? Ja, 5.500, glaube ich. Deine Eltern haben sich da so ein altes Bauernhaus gekauft. Lebte dein Bruder da schon? Ist der jünger oder älter? Zweieinhalb Jahre jünger. Okay, Sebastian. Lebt er in Berlin oder lebt er in Hamburg? Der lebt in der Nähe von Frankfurt, überlegt aber jetzt, ob er zurückzieht nach Schleswig-Holstein mit seiner Familie, weil er das Haus meiner Eltern beziehen möchte. Okay. Deine Eltern sind tot, deine Mutter ist schon vor vielen Jahren gestorben, dein Vater ist im Januar gestorben. Genau. Und dieses Haus steht jetzt, ist das das Haus, über das wir gesprochen haben, dieses alte Haus mit dem Geisterwald? Ja, das ist das Haus, welcher Geisterwald? Ist da ein Geisterwald und ein kleines Flüsschen? Das stimmt, genau. Das habe ich dir damals erzählt. Was du dir alles aufgeschrieben hast, das ist ja richtig Stasi-mäßig, cool. Sag mal, das kann man auch schmeichlerisch sagen. Ich finde es gut, ich finde das sehr interessant. Das ist tatsächlich so, genau gegenüber in einem Urstromtal und da ist so eine Art Geisterwald und ein Fluss, der Kossau heißt, fließt durch dieses Tal hindurch und im Haus, jetzt wartet zum jetzigen Zeitpunkt nur der Elke darauf, dass endlich einer von uns zurückkommt. Das ist ja ein komisches Gefühl. Warst du seit dem Tod deines Vaters im Haus schon? Ja, das ist also unglaublich, weil so Wellen durch einen durchgehen und von maximaler Beklemmung über totale Trauer bis zu starker Erinnerung. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Das passiert auch jedes Mal, immer wieder, wenn ich da reingehe, wenn ich dann morgen hin komme. Ich fahre nachher übrigens wieder an die Ostsee, wird mir das auch wieder so gehen. Ich kann es gar nicht abschütteln, ich kann es von dem Haus nicht trennen. Meine Eltern sind, das Haus hat sich nicht verändert seitdem und sehr geschmackvoll eingerichtet, ein altes Bauernhaus und wenn man jetzt im Wohnzimmer steht, dann ist alles genauso wie zu einem Zeitpunkt, als meine Mutter noch gelebt hat, vor 13 Jahren. Und man könnte denken, die haben jetzt Mittagstunde gehabt und kommen gleich zur Tür rein. Das ist wirklich komplett unverändert. Gab es denn eine Veränderung, nachdem deine Mutter gestorben ist, dass du mit einem anderen Gefühl in das Haus gegangen bist oder ist das jetzt tatsächlich erst da, weil beide weg sind? Mein Vater hat neu geheiratet und seine Frau, die eine sehr liebenswerte, coole Person ist, die hat das ein bisschen verändern können durch ihre Anwesenheit. Fandst du das komisch oder ist das in Ordnung? Erst komisch und dann hat sie sich uns geöffnet, mein Bruder und ich ihr und dann haben wir uns angenähert und irgendwie ist daraus eine gute Beziehung geworden. Jetzt, wo sie dann auch weg ist, sie ist dann ausgezogen nach dem Tod meines Vaters, weil sie es nicht ausgehalten hat, dort alleine zu sein. In diesem riesigen Haus mit all den Erinnerungen kehre ich zurück und habe quasi meine Eltern nicht mehr und sie aber auch nicht mehr. Also es ist wie ein riesiges Museum der Liebe meines Vaters zu diesen beiden Frauen und eben auch an diese beiden Frauen. Und das ist eben, ja, das ist traurig. Ich kann es nicht anders sagen. Das Interessante ist ja auch, was dir hilft zurückzugehen gedanklich, aber was auch komisch ist, dass die Gerüche bleiben in so einem Haus, obwohl die Menschen nicht mehr da sind. Sehr merkwürdig. Also das Geruchserinnerungsvermögen ist, glaube ich, das Innerste, was wir haben, was ganz tief in unserem Hirnkern vergraben ist. Deswegen ist es manchmal so, dass wir am längsten Gerüche von Leuten erinnern und zuerst gehen andere Sachen weg, aber am Ende bleiben immer Gerüche zurück. Und so ein Haus ist natürlich nochmal so ein spezieller Geruchsspeicher. Das heißt, selbst wenn du in einem Haus nicht mehr bist, wirst du immer das Haus vom Geruch her erinnern. Aber solange das Haus da steht und den Geruch dieser Leute, die dort gewohnt haben, speichert, ist die Erinnerung enorm stark. Das fährt total rein. Ich finde es so ungewöhnlich in der heutigen Zeit, in der wir so verwöhnt sind von so vielen, was wir herbeiführen können, was wir konstruieren oder bewahren oder verschicken, dokumentieren, dass es bei Gerüchen nicht gelungen ist. Was noch nicht gelungen ist, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, über kurz oder lang kommen, es wäre erstaunlich, wenn nicht, fast ein bisschen beruhigend, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ausgelassen wird, dass wir immer noch, also dieses Geruchsgedächtnis läuft ja oft auf so einer ganz, ganz, ganz unterschwelligen Ebene, dass wir uns vielleicht nicht mal bewusst sind, dass wir uns erinnern über den Geruch. Absolut, genau. Und wir können ja auch so schlecht, ich finde, Geruch lässt sich auch so irre schlecht beschreiben. Das stimmt, also es gibt Spezialisten, die das können, die in dem Bereich arbeiten, aber wir normalen Menschen können das seltener. Definitiv ist es so, dass Gerüche synthetisiert werden heutzutage und ich würde sagen, dass man schon tausend Tasten der Klaviatur zusammen hat, von denen man genau weiß, wenn wir jetzt diese sieben zusammendrücken, dann kommt dabei ein Geruch von alter Erdbeere raus. Also so weit ist das schon, man kann, es gibt bloß die Klaviatur nicht für jeden. Aber du hast recht mit deiner Vorausschau, wenn du sagst, in 20 Jahren gibt es vielleicht am Handy eine Funktion, wo du sagst, ich möchte jetzt gerne ganz alten Berliner Trinkkäse riechen und drückst auf das Schild davon und sofort beströmt das Handy, den Geruch von alten Berliner Trinkkäse. Das Lustigste an dem Satz ist wahrscheinlich, dass du das Wort Handy benutzt hast im Zusammenhang mit in 20 Jahren, weil wahrscheinlich ist schon jeder halbwegs futuristisch belesene Mensch oder empfindende Mensch wird wahrscheinlich sagen, ey Leute, ihr glaubt euch nicht, dass man in fünf Jahren noch so ein Ding in der Hand hat. Nein, das wird in der Nase eingebaut sein, das ganze Gerät. Out of My Head hast du mitgebracht von Shaggy Otis. Wofür steht der Song? Also für mich ist das der perfekte Popsong. Also schlechthin der perfekte Popsong. Ich wünschte mir so etwas, könnte ich in meinem Leben einmal in der Form zustande kriegen, weil da alles zusammenkommt an Emotionalität, was Sobel hat, an Produktion, wie der Song klingt. Dann ist aber Shaggy Otis selber ein Mysterium, so ähnlich wie Mark Hollis. Jemand, der 1970 aufkam und quasi als Vorgänger von Prinz und Nachfolger von damals von James Brown als die große Hoffnung bezeichnet wurde. Also als Shaggy Otis aufkam, hat man gesagt, ohne dass Prinz da war, das ist der Mann der Zukunft. Aha. Dann hat er zwei Platten rausgebracht, hat dann immer mehr so Bluesrock-Soli gespielt und das fanden die Leute nicht so gut. Und dann kam Prinz und hat quasi die Posten übernommen und Shaggy ist verschwunden im Nichts. Und jetzt ging er gerade auf Welttournee vor zwei Jahren und ich habe ihn gesehen und das war herzzerreißend, weil er war vollkommen aus der Zeit gefallen. Ein alter Mann, knapp 70, kam gerade aus Amsterdam, ihm war das Portemonnaie geklaut worden, er hatte die Nacht durchgemacht. Und ich dachte, er ist ein Gott, er ist ein Wunderwesen, aber er ist leider zerstört und er weiß gar nicht mehr, wie er andocken soll an seine Legende. Es war alles, alles hat vibriert an ihm, es war sehr merkwürdig. Ich glaube, ich kenne den Song und ist das der, ich habe jetzt gerade überlegt, Yanni Ley, Liebeslied, ist das der Anfang, diese Takte? Exakt, das ist quasi die Vorlage zum Liebeslied. Hörbar Brust Rocko Schamoni Ich warte, er ist heute hier zu Gast, er stellt sich jetzt selbst vor, du bist ... Muss ich das denn machen, diese Teile? Nein, ich habe gedacht, jetzt kannst du es mal gewichten, was ist dir am wichtigsten? Du bist Komponist, du bist ... Also wenn du mich nach dem fragst, was ich am liebsten mache, dann ist es so, dass ich am liebsten musiziere, weil mit anderen Leuten zusammen Musik machen zu dürfen, vielleicht das größte Geschenk ist, das ich in der Kunst erfahren durfte. Wenn du mich nach dem fragst, was mir in der Arbeit allerdings quasi das nachhaltigste Gefühl verleiht, dann ist es vielleicht die Schreiberei. Weil ich die ganz mit mir selber ausmachen kann, jederzeit und an jedem Ort der Welt. Dafür muss ich die Band nicht anzurufen, nicht anrufen und fragen, sondern das kann ich einfach machen. Du kannst es, wenn du es kannst. Kannst du es denn immer? Ja, aber ich muss mich, ich muss da immer wieder Prinz zitieren, der ist Joy and Repetition. Oh, ich liebe den Song. Der ist wundervoll und ich muss es deswegen machen, weil alle Kunst etwas mit Wiederholung zu tun hat. Und sobald du dich in einen Wiederholungsmodus reinbegibst und in das Hamsterrad der Kunst reinbegibst und richtig Gas gibst, dann kommt auch alles. Aber wenn das einmal anhält, dann setzt dieser Mechanismus in dir aus und die Repetition hört auf. Und dann musst du wahnsinnig, also ich zumindest, wahnsinnig kämpfen, um da wieder reinzukommen. Und ich mache es aber jedes Mal, wenn ich ein Buch fertig habe, komme ich in so einen Erschöpfungsmodus und sage, das habe ich mir jetzt verdient, jetzt kann ich mal ein paar Wochen blau machen. Und nach drei Wochen bin ich schon so raus, dass der Motor zum Stillstand gekommen ist und ich muss mich enormst anstrengen, ihn wieder anzukommen. Das ist so ein alter Dampflokomotivenmotor mit einer Kurbel vorne dran. Und das dauert dann nochmal Monate, bis das Ding wieder in Gang kommt. Verstehst du? Ich finde es interessant, dass du Repetition da, weil eigentlich ist ja das, was du hervorbringst, immer aufs, das ist ja, gut, das ist aufs Neue, Neu, immer wieder aufs Neue. Aber du meinst den Vorgang, dass sich der Vorgang immer wiederholen muss, wie ein Muster, ein festes Muster. Immer, 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 immer. Also du musst so wie Picasso musst du einfach jeden Tag, oder wie Thomas Mann, der hat jeden Tag drei Seiten, einfach morgens stumpf dich hinsetzen, ob es dir schlecht geht oder gut. Aber du weißt ja, wie es ist, dass Tagesabläufe unterschiedlich sind. Dann hast du einen Zahnarzttermin oder du willst Sport machen oder du fühlst dich nicht gut oder jemand ruft an oder du musst die Steuer machen. In meinem Leben nicht. Wirklich, das ist echt so. Ich habe keine Zähne mehr, ich zahle keine Steuern und mir geht es nicht schlecht. Ich mache, grundsätzlich ist der Vormittag nicht begehbar. Immer. Mein Vormittag ist nicht begehbar. Interessant. Dann muss man es auch wirklich so strikt, das muss man dann auch wirklich. So ist es so. Und das wissen dann auch Freunde von dir? Es ist so, ab 12 Uhr kannst du mich überall hin bestellen. Aber vor 12 Uhr mache ich nichts anderes, denn sonst hört meine Arbeit auf. Und natürlich gibt es Termine, ich musste zum Beispiel gerade zu einer Magenspiegelung. Die haben sich auf meinen Deal nicht einlassen wollen. Das ist ja wohl echt eine Frechheit. Hast du ProPofol gekriegt? Ich habe, na klar habe ich ProPofol. Ja klar, und dann kannst du nicht mehr arbeiten danach. Wobei man total klar ist, finde ich, nach ProPofol. Man glaubt es zumindest. Ja, man glaubt es. Ich bin aufgewacht und habe später ein Gespräch mit dem Arzt geführt und dachte, ich bin ganz normal. Aber du bist wohl dann doch noch normal. Man ist lustig, ja. Also man sollte auch keine Sprachnachrichten zum Beispiel verschicken. Das sage ich nur als Rat, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Und alles okay mit dem Magen? Nee, ich habe Reflux. Und Reflux hängt damit zusammen. Ist das Sodbrennen oder was ist das? Ja, so eine Art professionelles Sodbrennen. Das heißt, wenn der Magen oben nicht mehr richtig schließt, der Sphinx da quasi nicht richtig zumacht, dann rinnt Säure zum Beispiel nachts in deine Speiseröhre. Und davon kannst du dann irgendwann Krebs kriegen, weil du Geschwüre von kressen. Ich habe angeblich noch keine Geschwüre, aber es gibt da etwas, was die Zukunft gefährden könnte. Und eigentlich muss ich mir das ganze Ding irgendwann mal zunähen lassen. Das ist aber richtig aufwendig und gefährlich und jetzt muss ich überlegen, wie ich damit umgehe. Ein weiteres, ein weiteres, eine weitere Hürde des Lebens. Bist du eher hypochondrisch veranlagt oder bist du jemand, der Sachen eher klein macht? Ich bin schwer hypochondrisch veranlagt. Okay, ich habe so ein bisschen deine Antwort gegen so, ich habe das Gefühl, Reflux ist so, ich will es gar nicht klein machen und ich weiß gar nichts drüber, außer, dass das Wort so schön ist, dass ihr theoretisch auch Fraktus den Film Reflux hättet nennen können. Aus deinem Mund wird auch sofort ein Refluxchen draus, ne? Nein, nein, gar nicht. Ich glaube aber so mit Zunähen, also... Doch, ich war im Krankenhaus. Also erstmal, ich habe jetzt wirklich den Befund, ich habe sogar die Fotos vom Handy, ich kann dir das zeigen, sieht bizarr aus. Und dann war ich im Krankenhaus und die haben sofort gesagt, das müssen Sie jetzt nicht die nächste Woche machen lassen, aber Sie müssen es irgendwann... Ja, aber Sie sollten das machen, genau. Denn sonst hast du in vier oder fünf Jahren immer Reizung, immer Säure. Nein, das soll ja nicht sein. Genau, also, das heißt, wenn der Spruch, Herr Doktor, Herr Doktor, der Hypochondr von Zelle 7 ist gestorben, jetzt übertreibt er aber ein bisschen, könnte auf mich dann irgendwann... Ja, gut, also ich werde leicht, wenn die Musik läuft, werde ich Reflux mal in meine Suchmaschine eingeben und ich glaube, man sollte das machen, aber ich glaube, das ist ein Routine-Eingriff, sich darum zu kümmern. Das glaube ich auch, aber das ist trotzdem eine OP-Giose mit sieben Löchern im Bauch und das wird alles aufgeblasen und eine Woche Krankenhaus, also was soll ich sagen? Gern mache ich das nicht. Nein, natürlich nicht. Wenn du möchtest, sammeln wir, wir werden dir irgendwas, irgendeine Überraschung, du musst uns nur sagen, dass du dann ins Krankenhaus kommst. Ich finde, das ist ein guter Anlass, um mich jetzt kranken auszukriegen. Gut, es ging ja ursprünglich darum, wie du arbeitest, wann du arbeitest. Wenn du also bis zwölf arbeitest, drei Stunden, setzt du dich um neun hin, wann stehst du auf? Das passiert mir häufig so, dass ich um 4.30 Uhr oder 5.00 Uhr aufstehe und dann merke ich so, ich kann nicht mehr schlafen und dann mache ich meine Arbeit, so wie der Vater von Michel Lendeberger. Michel Lendeberger morgens an den Frühstückstisch gesetzt hat, wenn alle noch gepinnt haben, hat er gesagt, jetzt kommt meine Zeit. Ist meine Arbeitszeit manchmal ganz besonders früh, wenn alle noch schweigen und der Motorenlärm, dass die Stadt noch nicht versorgt, dann sitze ich da und schreibe und dann bin ich manchmal um 7 Uhr morgens mit meiner Arbeit fertig, pennen nochmal eine Stunde oder zwei und habe den Rest des Tages eigentlich nach meinem System dann Zeit. Also die Arbeit passiert bei mir früh. Dass du dann nochmal schlafen kannst. Ja, weil ich total fertig bin natürlich. Wann gehst du denn ins Bett? Also um 12? Ich gehe also mittlerweile manchmal auch schon früh ans Bett. Ja. Ich kann natürlich, wenn ich ausgehe, bin ich beliebig lang wach. Aber ich gehe auch manchmal um halb elf oder elf oder so ins Bett und freue mich darauf, am nächsten Tag früh aufzustehen, weil ich Lust auf den nächsten Tag habe. Ich war mal ein Frühaufsteher und habe die Seiten gewechselt. Okay, alles klar. Verräter. Nö, ein Veränderer. Das hier ist ja der Sender nur für Erwachsene. Dein Album ist Musik für Jugendliche. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns mit dieser Sendung. Jetzt hören wir erstmal Michael Kivanuka, Father's Child. Du hast von deinem Vater schon gesprochen. Dein neues Album, von dem wir gleich einen Song hören, ziert, das Cover ziert ein Foto von dir und deinem Vater. Aber ich glaube, das wird jetzt zu lang. Wir spielen es erstmal, wir spielen den Song und dann sprechen wir darüber. Rokko Schamoni ist heute hier zu Gast. Und bevor wir gleich auf das Album zu sprechen kommen, vielleicht noch lernen wir vielleicht deinen Vater auch noch etwas besser kennen. Bist du ein Vaterkind, würdest du das sagen? Nee, ich habe mich sehr früh versucht von meinen Eltern abzunabeln, weil ich mich von meiner Mutter so überglückt gefühlt habe. Und ich habe dann so versucht, mit 13, 14 schon aus der Familie rauszukommen. Überglückt? Deine Eltern waren Lehrer. Das ist doch eigentlich, lassen die nicht so laufen, ohne besonders viel zu klucken? Mein Vater ja. Der war sehr zurückgenommen und war eher lässig. Meine Mutter hat aber immer Angst und Panik gehabt irgendwie, weil ich als junger Hippie und dann Punkrocker natürlich früh mit Sexmusik und Drogen zu tun hatte. Hat sie dich aufgeklärt? Sex war übrigens, ich hätte es andersrum sagen müssen. Sorry. Aber gut, der Inhalt bleibt der gleiche. Sex ist Sex. Sex ist Sex, genau. Aber aufgeklärt haben sie mich nicht. Nee, sie haben immer so versucht, ganz selbstverständlich da mit mir drüber zu reden, ob ich denn auch Präservative verwenden würde und so weiter und so fort. Das habe ich aber erst mal nicht, weil ich mit dem Sex mir auch Zeit gelassen habe. Also bei mir hat das erst mal, ich war nicht mit 13 irgendwie in dem Lager. Sie haben also nicht so die Angst gehabt, dass du früher Vater wirst, sondern eher, dass du, ist denn Lüttchendorf so ein heißes Pflaster gewesen, was so Drogen anging? Also erst mal muss ich die korrigieren, das heißt Lüttchenburg. Und zum Zweiten war es tatsächlich ein sehr heißes Pflaster, was das anging. Also bizarrerweise. Das war so, dass 1982 kannte man in Lüttchenburg, glaube ich, Hasch und Pilze und so. Aber 85, 86 war schon alles angekommen. Koks, Speed und vor allen Dingen leider auch Heroin. Also sehr, sehr schnell und dann sehr massiv. Und dann sind viele Kids damals auf Age gekommen. Und das war total trist, weil Heroin macht, egal ob im Land oder in der Stadt, immer das Gleiche mit den Leuten, schaltet sie aus. Und diese Gruppe, die wir hatten, der war eine relativ gut zusammenstehende Gruppe von etwa 30 bis 40 Leuten, die zerbröselte nicht nur aus dem Zu-Ende-Gehen unserer Jugend und weil Leute eben wegzogen, sondern auch an Drogen. Die wenigen, die da geblieben sind, die sind dann quasi, weil sie nicht mehr wussten, wie man noch weiterkommen kann in die Wildheit hinein oder ins Leben, haben sie mit Drogen angefangen. Und das war für uns total abträglich. Ich bin dann irgendwie auch weggezogen, 86. Also das war nicht schön. Und meine Eltern wollten mich davor schützen und haben irgendwie versucht, meine Mutter hat versucht, mich irgendwie quasi so im Sauberen zu halten. Das ist ihr aber nicht gelungen. Naja, man denkt Schleswig-Holstein, Lütjenburg, Lütchendorf, Lütchensee, es gibt so viele davon, es tut mir leid. Ich schließe sie jetzt alle mal mit ein. Wenn man da durchfährt, das sind sehr malerische Orte nach wie vor. Auch wenn sie, glaube ich, strukturell die ähnlichen Probleme haben wie der Osten, dass nämlich die Jugend abwandert, dass dort zu wenig auch gemacht wird. Also es ist schon so, dass gerade auch durch die Nähe zur Ostsee, durch die Nähe zu Hamburg ist es natürlich so eine Art Erholungsgebiet, die Häuser bleiben da nicht frei stehen, die werden dann halt gekauft. Aber so diese alltäglichen Strukturen, die fallen weg. Das ist ein Drama, das ist ein totales Drama. In der ganzen norddeutschen Provinz ist es so, dass also quasi diese ganzen Dörfer verfallen im Sinne davon, dass also alle Landgashöfe schließen, alle sozialen Begegnungsorte, wie zum Beispiel auch Spritzenhäuser oder Vereine oder so. Ganz viele von denen machen zu. Und die Leute bleiben zu Hause zurück auf RTL 2 Pro 7 und im Internet. Das ist das, wo man sich jetzt auch begegnet. Aber es gibt quasi eigentlich dieses Zusammensein, was es früher gegeben hat. In Galerien, in Diskotheken, die Landdisko, die wir hatten, die war sehr berühmt, Disko Schröder. Wie hieß die? Disko Schröder? Genau. Sind Leute aus Hamburg wirklich angefahren, weil das so legendär war. All das ist weg und verkauft worden und gehört jetzt irgendwelchen Privatleuten. Und das ist wirklich, wirklich dramatisch. Also wir haben wirklich Sorgen, weil in Bayern gibt es das weniger. In Bayern bleiben, die Leute haben ihre Landgasthöfe. Da gehen die hin und trinken ihren Heurigen und ihr Bier und so weiter. Aber bei uns gibt es das nicht mehr. Das ist ein Drama. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die Bayern, das Konservative wird ja eigentlich in so einem Reflex immer so von, ja weiß ich nicht, attackiert will ich nicht sagen, aber als negativ bewertet. Und trotzdem taucht Bayern in solchen Momenten dann auch bei Leuten, die politisch tendenziell eher links sind, doch als positives Beispiel auf. Liegt das daran, dass die Bayern mit ihrer Tradition offensiver und selbstverständlicher lauter umgehen und der Norddeutsche generell ein bisschen introvertiert ist? Oder was denkst du, woran das liegt? Traditionsbewusstsein spielt eine große Rolle. Es spielt die Konfession eine große Rolle. Du kannst ja im Katholizismus alles machen, weil du kannst es ja alles dann wieder abbüßen. Du brauchst ja nur mal Rosenkranz zu machen. Ist das denn noch so, dass die Menschen das wirklich glauben an diesen Ablasshandel? Nee, aber die Tradition, also quasi der Charakter, die Mentalität eines Landstrichs wurde geprägt durch Religion und das spürst du den Leuten nach. Der Protestantismus hat von vornherein gesagt, nein, es gibt keine Abbitte, es gibt keine, du darfst das alles gar nicht machen. Du darfst es nicht machen. Und dieses nicht machen dürfen und gleichzeitig ist die Gegend, wo ich herkomme, eine Gegend, die forderalistisch gewesen ist. Die Leute waren immer, wenn man so will, Leibeigen ist das falsche Wort, aber sie haben eigentlich nichts besessen, das gehört in den Grafen. Das heißt, diese Kombination aus beiden ergibt, wenn man so will, einen relativ willfährigen Wesenszug. Da sind zwar ganz, ganz, ganz tolle Leute dabei und ich mag die Menschen dort, aber der Schutz der eigenen Tradition und der eigenen Soziotope, die man hat, der funktioniert dann nicht. Und das ist sehr schmerzhaft zu beobachten. Ich überlege die ganze Zeit, was man machen kann. Es gibt zum Beispiel in Lützchenburg. Dieses Schnapsort, diese Schnapsfirma. Du bist aber wirklich gut vorgebildet. Ich wollte gerade von der Schnapsfirma erzählen. Da kommst du mir schon wieder vorweg. Nein, ja. Ist doch irre. Herr Lehrer, ich weiß was. Wirklich. Also D.H. Boll ist die alte Schnapsbrennerei, die es in Lützchenburg gibt im Zentrum. Eine wunderschöne alte Industrie. Baute, 100 Jahre alt, groß. Man könnte also ein super Kulturzentrum reinbauen. Da kannst du alles drin machen. Gastronomie, Werkstätten, Konzerte, alles was du willst. Sie steht da und wartet, aber es wird nicht gemacht. Warum machst du es nicht? Das haben die mich auch gefragt, ein paar Leute von dort. Aber dafür bräuchte ich einen Geldgeber, der sagt, okay, ich wage das. Wir brauchen hier mindestens zwei Millionen Euro, um das Gebäude wieder auszubauen. Die ganzen Zwischendecken sind eingebrochen und so. Wir müssen richtig investieren. Und den Investor dort vor Ort zu finden, ist äußerst schwierig. Muss ja nicht vor Ort sein. Kann ja auch sein, dass jetzt, kann ja auch ein Hamburger Investor sein. Das ist hier mit einem Aufruf. Wer auch immer sich für so etwas interessiert, einen Landstrich wiederzubeleben. Es gibt eventuell die Möglichkeit dafür und meldet euch doch, denn es gibt da eine wunderschöne kleine Stadt mit einem tollen Kulturzentrum, das man nur ausbauen muss. Du musst noch mal das noch ein bisschen anfetten. Wie groß ist die Entfernung zur Ostsee? Wie groß ist die Entfernung nach Hamburg? Nach Hamburg sind es ziemlich genau 110 Kilometer und zur Ostsee acht Kilometer. Also es wurde 120 Kilometer nach Hamburg und zur Ostsee acht. Also es liegt sehr, sehr ideal im Herzen der schleswig-holsteinischen Schweiz. Also wirklich pittoresk und toll gelegen. Alles voller Seen, Klüsse, Wälder. Und könnte man, also das ist ja jetzt natürlich noch nicht mal gelegtes, noch nicht mal geplantes Ei eigentlich. Aber wenn man schon kurz drüber spricht, da verbrennen wir hier in Berlin unsere Sendezeit für andere Bundesländer. Aber das ist auch völlig, das ist, finde ich auch super. Wenn du jetzt mit, du hast ja auch ein paar gute Leute, du bist gut vernetzt, du kennst wirklich interessante und kreative und inspirierende Menschen. Du könntest dir also auch vorstellen, da ein Konzept zu erstellen, dass man, man muss es ja nicht ganz jährlich machen, weil ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert im Winter, aber dass man sagt, weiß ich nicht, halbjährlich das zu machen, mit ein paar Leuten ein gutes Konzept, zwei, drei Jahre auf jeden Fall das auszuprobieren und dann wärst du dann auch dabei. Du würdest es auch machen. Ich wäre dabei und vor allen Dingen kenne ich wirklich viele Leute, die dort spielen könnten. Man muss da natürlich wirklich länger dran planen, denn das kann man nicht von heute auf morgen so hinstellen. Aber wenn dieses Gebäude ausgebaut wäre, ich habe mannigfaltige Kontakte und man könnte dort wirklich etwas reißen. Es gibt andere Städte, die das auch schon bewiesen haben in der Gegend. Zum Beispiel Euchin und Labö. Labö klingt auch so affektiert, ne? Wie heißt du? Ich heiße Labö. Und du? Ja, Rottingsdorf. Sehr gut. Hast du eine Kontakt-Dings oder über Instagram oder über was oder wie oder was? Bei Facebook zum Beispiel, bei Kingborough, Schamoni. Das ist so gestern. Das ist so yesterday, das ist so 90. So 2012, ne? Aber bei Instagram ist genau das Gleiche, da bin ich auch. Na gut, dann kann man über die sozialen Medien Kontakt zu dir aufnehmen bei Interesse. Oder über hörbar.radio1.de, damit wir wissen, dass wir diejenigen waren, die dem Ganzen eine Chance gegeben haben. So, pass auf. Das mit deinem Vater müssen wir jetzt ein bisschen verschieben, weil du merkst ja, wo wir hingekommen sind inhaltlich. Deswegen spielen wir jetzt Bitty McLean, My Lover's Call. Okay. Was Sie nicht sehen können, weil das hier Radio ist, ich halte das Album, das neue Album, das am Freitag erscheint, in meinen Händen. Musik für Jugendliche. Und ich sehe den traurigsten Jungen der Welt. Also ich sehe ein Foto, das ist ein Foto von dir und deinem Vater. Dein Vater ist auf der Rückseite, das ist dein Vater, oder? Ja, ein Urlaubsfoto. Und du guckst so traurig. Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem das entstand? Ja, komischerweise ja. Wir waren auf Kreta, in Matala, in diesem legendären Hippie-Ort. Und wir haben am Strand übernachtet. Das erste Mal überhaupt. Und dann um 11 Uhr, meine Eltern haben gerade eingeschlafen, mein Bruder auch, habe ich mich verdünnisiert. Um 11 Uhr abends, nachts? Wir haben da rumgelegen, wurde dunkel irgendwann und dann sind irgendwann alle eingepennt. Ich habe das abgewartet, weil ich hatte was anderes vor. Was denn? Wie alt war das? Du bist doch maximal zwölf. Nee, ich glaube, ich bin da 14, 13 oder 14. 13 vielleicht, sagen wir mal so. Und ich bin dann, 100 Meter weiter saßen so Sauf-Hippies. Und die hatte ich im Visier. Und ich bin dann also weggekrochen von meinen Eltern und bin über den Strand gerobbt. Und zu den Sauf-Hippies hin. Und die haben mich dann auch sehr freundlich aufgenommen und haben mir auch Sauf gereicht und so. Und dann wurde auch Hasch geraucht. Das durfte ich noch nicht, aber trinken durfte ich. Und die waren sehr freundlich zu mir. Und irgendwann meinte einer dann zu mir, da war ein Typ dabei, der hieß Pepsi. Das war der krasseste Sauf-Hippie. Der meinte dann, wie alt bist du denn, Kleine? Und dann habe ich geschnallt, warum die so freundlich zu mir waren. Sie haben mich für ein Mädchen gehalten. Und dann war die Stimmung bei mir runter. Und ich bin dann irgendwann wieder, dann ist meine Mutter aufgewacht. Ach, scheiße. Und hat ihre Kleine unter den Sauf-Hippies erwischt. Ah, fuck. Und dann war die Stimmung komplett weg. Bei meinen Eltern weg. Die Sauf-Hippies haben das junge Mädchen nicht bekommen, das sie wollten. Und ich habe die Gang nicht bekommen und war dann von meiner Mutter abgeführt. Und ich glaube, vielleicht ist das der Nachhalt dieser Nacht in meinem Gesicht. Dieses Gesicht ist wirklich, ist genervt, ist müde, ist traurig. So traurig hat man so den Eindruck, dein Vater ein sehr attraktiver Mann. Und man könnte auch denken, dass eben halb Griechenland gehört, dass er selbst Grieche ist oder war. Stimmt. Ist aber nicht so. Nee, er ist Bayer. Wirklich, Bayer war der? Ja. Und gab es ein Nachspiel nach solchen, wenn du dir sowas rausgenommen hast? Nee. Eine Strafe, irgendeine Art von Strafe? Nee, meine Eltern waren eigentlich cool. Die haben das auch verstanden. Das Problem ist bloß, dass natürlich diese Stufen sich immer weiter gesteigert haben. Ich habe natürlich sofort das nächste Ding dann gebracht und es ging immer weiter. Und viele Eltern, die Kinder haben, die 13, 14, 15 oder älter sind, werden wissen, wie schmerzhaft das ist, wenn Jugendliche sich ihre Welt erobern. Weil das sind ja am Anfang noch so klebliche kleine Versuche, die werden dann immer stärker. Und irgendwann fängt man dann an, eben einzubrechen in die Welt der richtigen Jugendlichen. Also das war ein schwerer Kampf für beide Seiten. Ging es denn darum, was zu entdecken, dieser ganz normale Pubertäre-Weg? Oder ging es darum, sie für irgendwas zu bestrafen? Nee, es ging darum, sich, also ich habe da lange drüber geredet mit Psychologen und so. Warum bin ich eigentlich so früh so kaputt gewesen? Weil ich habe mich so früher so ganz kaputt gefühlt. Und eigentlich war es so, dass ich glaube, dass ich meine Familie schon ganz früh, mit fünf wollte ich schon von zu Hause abhauen. Meine Mutter hat mich erwischt, ich war auf dem Bürgersteig mit dem Rucksack auf dem Rücken, da war ein Kantenbrot drin und eine Flasche Bier. Mit fünf Jahren, wirklich wahr. Oh Gott. Ernsthaft wahr. Es hat was mit Eifersucht zu tun gehabt. Eifersucht auf Sebastian? Auf meinen Bruder, ja. Und ich habe also quasi das, glaube ich, nie verknusen können, dass meine Mutter und meine Eltern so für ihn da waren. Der war zweieinhalb Jahre jünger und ich war, wenn man so will, entthront. Und ich habe mich dementsprechend ab 13 oder sowas auch versucht von meiner Familie zu verabschieden, um mir eine eigene zu gründen. Und habe dann quasi so Jugendhaufen aufgesucht, wo meine Familie mit meinen Regeln funktioniert und wo wir machen können, was wir wollen. Und habe meine Eltern versucht, natürlich zu bestrafen auf der einen Seite, dafür, dass sie mich nicht mehr geliebt haben, in Anführungsstrichen, was ja gar nicht stimmt. Und auf der anderen Seite eben quasi trotzdem eine Familie zu haben, die zu mir steht. Und das sind zum Beispiel so Punk-Jugendhaufen, so mit 14, 15, 16 wurde reingeredet. Die sind dafür perfekt. Auch wenn die Regeln und die Strukturen, in denen man sich da aussetzt, natürlich hart sind. Weil du hast ja keine wirklichen Regeln. Ja, das sind vor allem, naja, oder doch. Ich finde das, keine Ahnung, ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, aber ich war immer erstaunt darüber, dass die, und ich war nicht mal ein richtiger Punk, ich bin Mitläuferin gewesen, so eine süße Groupie-Maus irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich war erstaunt, wie viele Reglements es doch in diesem vermeintlich anarchistischen Haufen gab. Abgesehen von der Eitelkeit, die ja eigentlich zur Schau getragene Uneitelkeit sein sollte. Aber wehe, es war nicht die richtige Crazy Color da oder ein Regenguss kündigte sich an oder irgendwas anderes. Erstens und zweitens auch eine feste Struktur, wie du dazugehörst und wie nicht. War das bei dir auch so? Genau so. Also es ist eigentlich eine Art von Militarismus. Wir sind schon sehr militant gewesen und wer nicht die richtige Farbe in den Schnürsenkelfarben hatte und so, der hat gegen die Regeln verstoßen. Und wie man den Nietengurtel tragen musste und welche Bands hören und welche Formulierungen, das war alles sehr festgelegt. Und deswegen haben wir eigentlich nur das Elternhaus ausgewechselt mit einem neuen Strukturhaufen, der einen aber natürlich nicht zärtlich geschützt hat in irgendeiner Form, sondern wir haben uns ja wirklich sehr weit aus dem Fenster gelebt. Also mit Alkohol, mit Drogen, mit Gewalt, mit Waffen. Wir haben uns ständig aufgeschlitzt, verletzt, ständig gab es Blessuren. Die Sicherheitsnadel durch die Wangen durch, irgendwie die Arme aufgeschnitten. Ständig, also ständig. Überall Blut, Blut, Blut. Und auch so ein Testosteron-Ding, finde ich. Also es gab viele Punk-Girls, auch klar. Aber eigentlich ist es auch so ein junger Männerhaufen gewesen. Total. Auch die Musik, es drückte sich auch in der Musik aus, bis dann die Musik kam, die besser war, die lustiger war, die kreativer war, in der es dann aber auch mehr Bands gab, in denen Frauen eine Rolle spielten. Absolut. Also Punk-Rock hat, der englische Punk-Rock hat immer versucht, diese Macho-Klischees nicht zu bedienen. Deswegen gab es eben auch eine ganze Menge bekannte Punk-Frauen, wie Suzy zum Beispiel, Banshees und so weiter. Es gab auch tolle Punk-Bands, Punk-Frauen-Bands wie Slits und so. Es gab eben viele weibliche, wichtige Aspekte. Trotzdem gab es diesen Macho-Grundaspekt und das Gewaltding und wer ist der Stärkste und wer ist der Härteste und wer wagt sich am meisten und wer hat Blut am Stärksten. Wie ist das als Junge? Also ich weiß das ja nicht, aber ist es... Schrecklich ist das. Ja, so stelle ich es mir vor, weil du spürst, dass du dir Respekt oder Autorität, dass es über Gewalt nur geht oder wie? Also ich habe das ganz stark so empfunden. Ich weiß nicht, ob es in höheren Bildungsklassen anders ist, aber da macht man es, glaube ich, dann auch in schlagenden Verbindungen irgendwie aus. Also es läuft ganz viel über Gewalt und über Dominanz und über Stärke und wer ist der Stärkste, wer ist der Schnellste, wer hat die größte Leistung und so. Das ist einfach... Wenn es nicht über Geld geht, geht es über körperliche Kraft häufig und wir haben uns echt weit rausgelehnt und haben uns echt ordentlich gegenseitig... Das ging ja auch darum, dass du zum Beispiel gar nicht die ganze... Wenn du als Punk-Rocker durch ein Viertel in einer gewissen Gegend gekommen bist, hat das Lebensgefahr bedeutet. In Chile haben sie einen Punk am Fahnenmaß aufgehängt. Der war tot danach. No fucking way. Einfach hochgezogen. Wer, die Bürger oder die Skins oder wer? Es gab so komische Nazi-Horden, die da... Ich war nicht dabei, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es nur gehört vom Freund, der aus Kiel kam und sagte, der Typ lebt nicht mehr. Alter. Dann gab es ziemlich krasse Rockergangs irgendwie, mit denen ich zu spaßen war. Die sind über Disco Schröder hergefallen und haben auf dem Klo die Frauen vergewaltigt. No. Ein Freund von mir vor meinen Augen mit so einem Bleilas, ein Bewusstnis geschlagen, so ein fettes Glas Bier, der war einfach ohnmächtig. Und während ich ihn aus dem Saal rausgeschlort habe, weil er das Gesicht so blutet hatte, haben sie mir noch einen Arsch getreten dabei und mich ausgelacht. Das waren harte Regeln. Was ist das mit Männern? Entschuldigung, ich weiß, dass jetzt alle, all diejenigen, die anders denken, kurz sauer sind und sagen, verallgemeinere nicht. Aber es ist so, ich finde es, ich treffe es immer wieder an. Was ist das? Was ist das? Das ist diese wahnsinnige Ursuppe, die wir in uns haben. Also wir haben ja so eine Giftküche in uns, nachdem wir quasi umgepolt worden sind. Wir sind ja ursprünglich alle Weiblein gewesen. Und dann kriegen wir diesen unglaublichen Adrenalinschub und Testosteronschub, den wir schon im Mutterleib und werden dann zu dem, was wir später sind und sind durch diesen Stoffschub, den wir kriegen, schon mal komplett außer Rand und Band. Und diese Stoffe tragen wir in uns. Und diese produzieren wir, wenn wir 12, 13, 14 sind, in unglaublichen Mengen. Wir wissen gar nicht, wie wir drauf sind, warum wir so drauf sind. Aber diese Stoffe haben wir. Und mit denen rennen wir los. Und weil wir so wenig wissen über uns und über die Regeln, dominieren die Stoffe uns. Oder ältere Männer, die dann sagen, die Junge, die Jungs, die können wir jetzt befehligen. Ja, ja, ganz genau. Also ich kenne natürlich auch ganz viele Männer, das sage ich jetzt nicht, um zurückzurudern, aber ich kenne viele Männer, die sehr ambivalente, also ich unterscheide auch sehr ungern in männlich und weiblich. Aber genau in solchen Momenten fällt es mir wieder auf, dass es da so eine grundsätzliche, diese Aggressivität gibt und diese Bereitschaft zur Gewalt. Und da muss ich gar nicht erst in Zeitung aufschlagen, um zu sehen, dass immer wieder aufs Neue Männer quälen für diese Sachen. Zu 95 Prozent, würde ich sagen. Also es gibt eine richtige Sehnsucht nach Schmerz, nach Gewalt und nach Blut. Also in dem Alter. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich richtig stolz war. Auf jede einzelne Narbe, die ich hatte, stolz war. Und auch auf jede Narbe, die ich zugefügt habe, stolz war. Wir waren alle stolzer drauf. Dann müssten doch, aber dann muss in der Schule wirklich Pflicht sein, sowas wie Boxen oder so, dass man es lernt, mit Testosteron umzugehen und auch sich abzureagieren und auf eine kluge, körperlich erschöpfende Weise, oder? Deswegen sind Sportclubs so wichtig. Und in vielen Schulen wird das eben genau, wie du sagst, überhaupt gar nicht fokussiert. Und deswegen gibt es ganz viele Jungs, die von zu Hause aus sowieso von ihren Eltern nicht aufgeklärt werden in die Richtung und die dann durchdrehen, weil sie kein Wissen drüber haben, voll von diesen Stoffen sind und keinen Ausgleich haben. Und die machen dann scheiße. Wir hören jetzt das Gegenteil von scheiße. Wir hören jetzt dein Gesicht, deine Musik vom neuen Album Rocko Chamoni. Aus dem Album Musik für Jugendliche, das, ich weiß ja nicht, ob Sie es als Radiosendung live hören oder als Podcast, auf jeden Fall erscheint oder erschienen, das Album am 6. September. Für uns jetzt hier an diesem Ausstrahlungstag kommenden Freitag. Wir verlosen auch drei Alben und dann spielst du am 7.9. im Lido. Und ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt, mit ein bisschen Glück vielleicht, aber wir verlosen auch da zweimal zwei Karten für das Konzert. Cool. Das ist dein achtes reguläres Studioalbum. Neben den anderen Sachen, die Infraktors und Drill Braun. Ah, ja, 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 ja. Komm, das muss ich ja sagen dürfen. Ja, natürlich, gut. Was möchtest du über dieses Album noch sagen dürfen? Naja, wenn man so aufgefordert wird, dann fällt einem das schwer, weil es so wahnsinnig viel ist. Also, pass auf, es ist ja mein Job, Fragen zu stellen. Wir können es auch so machen. Stimmt. Wenn ich es nicht auch ahnen oder wissen würde, würde ich sagen, melancholisch. Mhm. Es ist so, dass man manchmal das Gefühl hat, war das gerade Udo Jürgens? Wirklich? Ging mir so. Ich hoffe, dass du den nicht doof findest. Nee, nee, aber erstaunlicherweise habe ich das schon mal im Interview gehört und das wundert mich sehr, weil ich, wo, an welcher Stelle ist das so? Nein, das ist so zwischendurch, das ist so, wenn du anfängst zu singen, schon im zweiten Wort ist es dann unter Umständen nicht mehr so. Manchmal hat die Stimme was davon. Dann hast du natürlich auch, du hast ein Talent, so Melodien herzustellen, Lieder zu komponieren, immer schon die so am Kitsch vorbeirauschen, die man sich aber gut in dieser Bungalow-Zeit vorstellen konnte. Das ist nicht schlecht formuliert. Ja, ich kann, hast du gerade gesagt, das ist gar nicht schlecht formuliert? Ja. Und hast du dich danach darüber gewundert, hast du gar nicht schlecht formuliert. Wieso, das kann man nochmal sagen. Und die Texte sind aber schon, Handeln von Abschied, Handeln auch von Weltuntergang. Also erstmal ist es so, dass ich mich immer gerne versuche an Glätte und Bruch von Glätte. Also deswegen, ich mache gerne Musik, die möglichst radiospielbar klingt und dann in dem Text muss aber immer ein Moment sein, an dem man dann zum Stolpern kommt und dann das Gefühl hat, dass man doch auf glattem Eis steht. Das ist eine Kombination von Kunst, die ich persönlich oder was ich an Kunst und Musik gut finde, ist diese Art, etwas zu produzieren. Zum Zweiten hast du recht, Melancholie. Klar, mein Vater ist wie gesagt gestorben und mein letztes Album, das Reguläre, siebte, habe ich zu dem Zeitpunkt gemacht, als meine Mutter gestorben ist vor 13 Jahren oder vor zwölf Jahren. Und danach ist mir dann erstmal längere Zeit nichts mehr eingefallen. Nicht deswegen, weil ich nicht Musik nachgekommen wäre, sondern weil ich mit ihrem Tod und mit dem gleichzeitigen Verfall der Plattenindustrie und dem CD-Markt und dem Vinylmarkt gedacht habe, das muss ich jetzt beenden. Aber dann hat sich ganz viel angesammelt in den letzten Jahren, so ganz viele kleine Skizzen und als mein Vater jetzt gestorben ist, habe ich gedacht, ich mache das Paket nochmal wieder auf. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und das war dann zumindest in der Arbeit mit der Band freutvoll. Wie schön. Wir spielen jetzt, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, weil wir es ja auch verlosen müssen, so eine super Frage ausdenken. Das können wir machen, während die nächste Musik läuft. Aua, jetzt habe ich mir den Ohrring rausgerissen. Mensch. Ja, wonderful. Möchtest du einen Satz dazu sagen? Ja, ich finde Lianne Lavers, ja, was soll man zu ihr sagen? Also wer sie kennte, wird wissen, dass man ihrem Zauber nur schwer widerstehen kann. Wer sie nicht kennte, weiß das nicht, ich finde sie einfach fantastisch. So eine der vielleicht begabtesten Solo-Interpretin, die ich kenne, wenn die alleine auftritt, mit der Gitarre und dann beginnt zu singen, dann zerschmelzt sich wie Berliner Trinkkäse. Jetzt ist doch mal Schlutz hier. Radio 1 die Hörbarust als Radiosendung live sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und als Podcast quasi immer und überall auf den Philippinen, in Braunschweig, also ist überall, überall, so wie sie Radio 1 überall hören können, über die App. Und ich möchte Ihnen mal ganz kurz sagen, was wir, oder ich lasse dich mal raten, mal sehen, wie wir das machen, welche Podcasts so zur Verfügung stehen. Das sind immer so 40 bis 50, die aktuell abrufbar sind. Hat aktuell einen Podcast mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Ich muss die Person jetzt sagen. Ja. Uwe Lindenberg. Achso, ich dachte, du wüsstest es. Jasna Fritzi Bauer, die Schauspielerin. Achso, okay. Die kann man sich zum Beispiel anhören. Ist ein hervorragender Schauspieler, auch auf der Schaubühne, hat wahnsinnig viele Follower, ist exzessiv, geht über die Grenzen. Mann, wie alt ist der? Anfang 40? Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Das ist natürlich 25 Stundenkilometer, sag schnell. Lars Eidinger. Lars Eidinger. Kann man sich noch anhören, die Wiederholung. Dann die ehemalige neue Sängerin von CD, die jetzt aber Solo singt. Ich finde, das ist gemein, sowas zu machen. Anna Los. Okay, also. Auch Anna Los ist im Podcast zu hören. Chili Gonzalez, Marion Brasch, Takis Würger, Caroline Imke, Alexander Osang, Cole Zawasch, Bodo Janssen, Caroline Herford, Sophie Hunger, Ingo Zamperoni, Helge Schneider, mit dem du ja auch schon gearbeitet hast. Richtig. Ero Big, mit dem du ja auch schon gearbeitet hast. Also wirklich tolle Leute, die sie sich anhören können. Und ab gleich bist du auch ein Jahr lang als Podcast zu hören. Aha, ein Jahr. Rocko. Sehr gut. Du hast dir im Zuge der Nachbereitung des Todes deines Vaters, ich weiß nicht, was grammatikalisch Sinn ergibt, du hast dir ein Buch zugelegt. Du hast es dir aus der Schweiz, glaube ich, schicken lassen, von einem Schweizer Verlag. Todesarten. Nee, das sind die... Rezepte für... Ja, das heißt, glaube ich, Handgabe für ein humanes Sterben. So ungefähr heißt das. Aha, okay. Ja, da sind also die... Es gibt also... Da drin sind immer so viele Rezepte, Möglichkeiten, wie man aus der Welt scheiden kann. Und da ich das auch bei meinem... Das Sterben meines Vaters und das Sterben meiner Mutter war nicht eben leicht. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wenn es so weit ist, dass ich quasi weiß, was ich mache. Und wenn es früh anfängt, also wenn es früh genug ist, dass ich quasi Kraft meines Willens und meiner Stärke, die ich noch habe, also zum richtigen Zeitpunkt aus dem Leben gehe, so wie Gunther Sachs das gemacht hat. Der einfach irgendwann an einem Tag X in seine Skihütte oder in seine Hütte neben seinem Haus gegangen ist und nicht wiedergekommen ist. Ich glaube, mit ungefähr 70 Jahren oder sowas. Sehr entschieden und sehr klar. Das wünschte ich mir. Die meisten, das denken viele Leute hier im Leben, dass sie es so hinkriegen. Die meisten schaffen es nicht, weil man dann am Ende so am Leben hängt und so denkt, ich kann jetzt doch nicht gehen. Aber ich setze mich jetzt damit auseinander und ich habe dieses Buch und vielleicht bin ich dann auch so prädestiniert und vorbereitet, dass ich es schaffen werde. Die Menschen haben in der Regel ja keine Angst vor dem Tod, sondern vor dem Sterben, vor dem Darben, vor der Krankheit, dafür, dass es sich lange hinzieht. War das bei deinem Vater so, dass es sich lange hingezogen hat? Hat er dich in diesen Prozess einbezogen? Hast du das beobachten müssen, dürfen? Also es war vor allem bei meiner Mutter so, da hat es drei Jahre gedauert und es war wirklich, wirklich anstrengend. Für sie, für meinen Vater, für uns natürlich auch, aber vor allem für die beiden. Wie alt warst du da? Vor 13 Jahren war ich dementsprechend 40 und sie hat sehr, sehr gelitten und hat meinen Vater auch noch im Krankenhaus zwei Tage vor ihrem Tod gesagt, du hast mir doch versprochen, ich soll nicht leiden, was mein Vater natürlich total fertig gemacht hat. Wir waren beim letzten Moment auch dabei, wir standen alle um sie herum, das war ein hartes Sterben, würde ich sagen und das, was ich keinem wünsche. Und bei meinem Vater war es nicht ganz so schlimm, aber es war, Krebstod ist einfach nicht easy. Es ist einfach so. Am Ende sind immer Medikamente im Spiel und Schmerzen und so. Und ich wünsche mir, dass ich das Boot anders verlassen kann. Aber wie gesagt, ob ich stark genug dafür bin, ich habe mir seit Jahren den Baum ausgeguckt. Den Baum mit der besten Sicht bei mir in der Gegend. Ich möchte bis nach Dänemark rüber gucken können, ein klarer Tag, ein gutes Getränk, gute Kleidung und dann zum richtigen Moment bei der Polizei anrufen, bitte kommen Sie in der Viertelstunde zu dem Baum, damit kein Kind durch den Anblick gestört sein wird. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Und ob ich den Baum nun nehmen werde oder das anders machen werde, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe mir seit vielen Jahren darüber Gedanken gemacht. Ich möchte gerne, wenn ich es schaffe, Herr meines Todes sein und nicht der Slabe. Möchtest du dich, also ist das gerade, also du würdest dich erhängen? Ich habe mir über verschiedenste Todesarten, wenn man das in dieser Sendung so macht. Ich finde ja, also ich meine, es sagen ja auch alle, man muss auch für den Tod so tabuisieren und das finde ich auch wichtig. Es ist ja, das hier ist jetzt keine Aufforderung, sich zu erhängen oder den Tod zu suchen. Ich bin bei dir, ich gehe noch weiter, ich finde es erbärmlich, in diesem aufgeklärten Land, wie wenig Einfluss man darauf hat und wie wenig Einfluss gute Ärzte, vertrauensvolle, gute Ärzte haben, einem bei einem eigenen Wunsch zu helfen, aus dem Leben zu scheiden. Ich finde es erbärmlich, dass man in Länder wie die Niederlande oder in die Schweiz fahren muss. Ganz, ganz großes Armutszeugnis. Also insofern, es ist nur legitim. Es wird ja auch von den wenigsten Menschen leichtfertig gemacht, denke ich mal. Aber so konkret spricht man in der Regel nicht darüber. Deswegen würde ich schon gerne diese Chance jetzt nutzen und dich fragen, ob du dich also wirklich erhängen. Also das freut mich erstmal sehr, dass du dich traust, überhaupt das zu tun. Denn ich finde es nämlich genauso wichtig, wie du das zu tun, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken und sich dem zu stellen, dem Thema. Handreichung für ein humanes Sterben ist ein Buch, was sich damit beschäftigt, das ich jetzt demnächst mal durcharbeiten muss. Ich habe es noch gar nicht komplett durchgelesen, sondern erstmal nur reingeblättert. Hängen ist eine relativ zuverlässige Todesart, weil dir, wenn du dich hoch noch in die Tiefe stürzt, sagen wir mal einen Meter oder sowas, das Genick brichst. Wenn du dich erschießt, kann es sein, dass du das überlebst und verbringst ein Leben lang im Rollstuhl. Also man braucht schon eine sichere Methode, um aus dem Leben zu gehen, um nicht im Nachhinein als ewiges Opfer dazustehen und die anderen sich auch noch schlecht fühlen zu lassen, weil die sich dann alle schuldig fühlen. Das ist eh das größte Problem am Suizid, dass du Leute hinterlässt, die sich dann schuldig fühlen und sich Vorwürfe machen. Das darf natürlich, wenn es irgendwie geht, sollte man das vermeiden und sollte man den Leuten zu verstehen geben, das mache ich für mich, ich kann das nicht anders, mir geht es nicht gut, ich sehe meinen Weg hier nicht weitergehen. Das finde ich ganz wichtig, aber es muss diese Entscheidung jedem Einzelnen vorbehalten sein und ich finde es eben auch unglaublich, dass man dieses Buch in Deutschland nicht erstehen darf. Man muss es aus der Schweiz bestellen, weil es ist nicht legal, dieses Buch hier im Geschäft zu kaufen. Das ist doch absurd. Ist es. Zumal die Leute, die sich darüber aufregen, offenbar nicht durch Pflegeheime gehen. Definitiv nicht. Das ist so, also das Elend und es gibt unglaublich viele tolle Pfleger und ganz viele Menschen, die ihr Leben in den Dienst kranker und alter Menschen stellen, aber diese kranken und alten Menschen, das kann nicht kompensiert werden, wenn man Glück hat, guten Pfleger, der vorbeikommt und einen wäscht oder mal über die Wange streicht oder so. Es ist einfach sehr viel Einsamkeit, Schmerz, Trostlosigkeit. Und ich glaube, viele Menschen wären glücklich, wenn sie diese Selbstbestimmung hätten. Und wenn der Arzt auch mit einem darüber reden würde, mein Vater hat die letzten Wochen im Krankenhaus in der Nierenklinik in Kiel gelegen und war da komplett abgestellt. Der lag in dem Zimmer und wenn ich reingekommen bin, habe ich gemerkt, da ist niemand mit irgendeiner Form von Gedanken und Interessen für ihn da. Er liegt da und wartet auf sein Ende und keiner redet mit ihm darüber. Keiner sagt ihm, dass er sterben muss. Er ahnt nur ungefähr, wo er ist. Keiner sagt ihm, was passiert, was für Möglichkeiten hat. Es gibt keine Chance. Du bist einfach nur dem Ende geweiht und liegst in einem tristen Raum ohne Bilder, ohne irgendwas und wartest auf dein Ende. Ich fand das so, ich habe mich so aufgeregt. Ich bin so sauer geworden. Wir haben ihn dann auch rausgeholt, bevor er gestorben ist und haben ihn nach Hause genommen und mit dem Auto nach Hause gefahren und als er nach Hause kam, war er wie erlöst. Er sagte, dass ich das nochmal erleben habe, habe ich nicht gedacht. Dass ich das nochmal erleben darf, habe ich nicht gedacht. Und das war, wir sind ihm gerecht geworden und ich war total froh, dass wir das geschafft haben und geistesgegenwärtig genug ihn aus diesem Krankenhaus entfernt haben und dann ist er drei Tage später bei uns zu Hause unter uns gestorben, mit uns zusammen quasi in unserem Kreis gestorben. Wenn ich das nicht geschafft hätte oder wenn wir das nicht geschafft hätten, hätten wir uns das, glaube ich, nie verziehen. Ja. Und das ist eben das, was nicht gemacht wird und das wird nicht darüber geredet und auch uns wurde das nicht gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass er jetzt stirbt. Keiner hat mit uns geredet oder mit ihm. Es war ein Nicht-Thema. Nun ist es erstaunlich, dass deine Mutter diesen Weg hier gegangen ist und du davon weißt, dass sie eigentlich sehr gelitten hat und dass sie von deinem Vater auf irgendeine Einlösung eines Versprechens eigentlich wartete. Vielleicht als Anregung, dass man es zu Lebzeiten dann vielleicht rechtzeitig mit den noch verbleibenden Familienmitgliedern macht und klärt und in Ordnung bringt. Das ist ein Thema, über das man, wenn es erstmal akut ist, will man über solche Sachen unter Umständen nicht sprechen, weil man denkt, oh Gott, ich will niemandem jetzt hier Angst einreden. Das ist so ähnlich wie mit dem Ehevertrag wahrscheinlich. Am besten wirklich dann machen, in der Zeit, in der man sich nicht streitet, in der alles okay ist und in der man auch noch gesund genug ist, um das einfach mal abzuklären. Richtig. Und dann kann immer noch in individuellen Briefen und dem Vermächtnis stehen, wie man das wirklich haben will oder dass man erklärt, dass du in deinem Brief und du sagst mit schlechtem Gewissen, wenn man glaube ich einmal erklärt, dass man das selbst so entschieden hat und dass man sehr, sehr genau wusste, was man tat dann. Genau. Patientenverordnung, Testament und Sterbemethoden im vollen Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein, wenn es gut geht machen, alles fertig machen, damit man jederzeit abreisen kann, denn es ist die Wahrheit, du kannst jederzeit abberufen werden. Vielleicht morgen, vielleicht in zwei Stunden, vielleicht in 30 Jahren, wissen wir nicht. Aber es ist jederzeit möglich und ich möchte meine Koffer zwar nicht immer gepackt haben, ich will ja nicht wie jemand an der Tür stehen, der ständig abreisen muss, aber ich möchte das im Kopf haben, ich möchte das in mir geklärt haben, ich möchte nicht, wie ganz viele Leute, die ich kenne, mit geschlossenen Augen darauf zugehen und dann in dem Moment, wo es dann kommt, zu schwach sein und darüber nicht mehr reden können, weil ich mich fürchte und Angst davor habe, ich will dem klar begegnen und es mit mir klar gemacht haben, wie das dann laufen soll. Es gibt, und jetzt hier ich als Klugscheißer, weil ich habe es nämlich auch noch nicht zu 100 Prozent fertig, ich bin auf halber Strecke, nicht weil ich Angst habe, sondern weil es, wenn man es immer dann doch wieder wegschiebt und denkt, das mache ich nächste Woche, so der Klassiker, es gibt von der Stiftung Warentest, ein, sieht dick aus, dieses Heft, aber da ist auch einfach unglaublich viel Informationsmaterial dabei, das kann man überall kaufen, an den Kiosken, in Bahnhöfen, es kann man auch bestellen und das ist wirklich ein Paket, in dem alles drin ist, was man wissen muss, was man geregelt haben muss, die Formulare und insofern hat man dann, vielleicht meint man sich ein Wochenende und einen Freund zur Seite oder den Partner und dann macht man es mal. Die Stiftung Warentest gibt uns eine Handreichung darüber nachzudenken, wie das funktioniert? Nein, nicht zum Suizid, sondern um genau diese Sachen abzuklären, Testament. Genau. Und ja genau, ganz genau, das ist von der Stiftung Warentest. Hätte ich jetzt von der Seite nicht gerade erwartet. Ich meine, es ist eine neutrale, es geht ja nicht nur darum, Produkte zu testen, sondern auch als neutrale, es ist so eine, es ist ja so eine Klarheit, es ist ja im Grunde wie eine Serviceleistung. Es gibt ja auch Leute, die in die ganz andere Richtung gehen, die sowas gar nicht, aber dann steht ja wenigstens, ich will das gar nicht. Oder wie beim Organspendeausweis. Den füllen ja viele gar nicht aus, weil sie sagen, ich will die nicht spenden. Aber auch das kann man auf einem Organspendeausweis ankreuzen. Ich will nicht spenden. Also ich besorge mir das sofort vom Stiftung Warentest. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht total irre und spießig ist, was wir hier tun. Also wir als Deutsche, die wir uns sofort wieder über die Stiftung Warentest und über die Schweiz. Warum? Warum spießig? Ja, weil vielleicht zum Beispiel jemand aus einem fernen Land sagen wird, sag mal, bist du verrückt? Ich lasse das Leben auf mich zukommen und ich lasse das Ende auf mich zukommen. Ja toll, super, wer das so macht, Sonder. Wer so optimistisch und auch dann vielleicht mit einer großen Familie, einem großen Freundeskreis gesegnet ist, der weiß, dass ihm die Tasse bis zum letzten Tag gereicht wird, dass er gewaschen wird. Oder wer zumindest keine Angst davor hat, okay. Ich finde es besser, wenn es geklärt ist, damit eben auch die Leute, die zurückbleiben, wissen, in welche Richtung es geht. Mir geht es genauso. Du Spießer, du deutscher Spießer. Aber geil, dass gleich so ein Negativ-Label wiederkommt, so ein Minus-Rassismus. Aber das kommt nicht von mir, sondern das kommt von denjenigen, die sich diese Sendung anhören und da werden ein paar Leute dabei. Es sind immer ein paar Leute dabei, die dann sagen, ihr wart doch vorher so lustig und was ist denn das jetzt? Genau. Und deswegen, diesen Gedanken muss ich gerade aufgreifen, weil ich denke immer an die, die über die Mauer spucken. Übrigens ein interessantes Thema. Muss ich vielleicht nochmal ansprechen mit dir. Also was wir alle heutzutage machen als Künstler und wie sehr man von diesen Spuckflecken getroffen wird, die über die Mauer kommen. Sag mal, Entschuldigung, wofür steht das jetzt gerade? Das ist eine Metapher, die ich nicht verstehe. Die, die über die Mauer spucken, war es. Ich rede von denjenigen, die sich mittlerweile in alles einmischen im Netz, diese Beschimpfungsorgien und diese Hatestorms und Shitstorms, die du abkriegst, wenn du etwas behauptest, was gewagt ist, wie das, was wir gerade gesagt haben zum Beispiel und getroffen wirst von Meinungen, von denen du früher nicht getroffen wurdest, weil es das so nicht gegeben hat und dass du sofort Reaktionen kriegst, zum Beispiel auch von seinem Podcast, den ich mit Gerion bei Audible habe, mit Gerion Klug zusammen, wo jeder Einzelne dann eine Meinung dazu schreibt und du liest immer mal die Meinung durch und denkst, oh Gott, hätte ich das bloß alles nicht gemacht. Ja, sollte man nicht, aber genau damit das nicht passiert, dieses, ich weiß, ich kenne das auch von politischen Beratern, die mir auch gesagt haben, dass bestimmte Politiker, die eigentlich genau die Aufgabe hätten, sich bei bestimmten Themen zu positionieren, sagen, nee, wenn wir das so sagen, wenn wir wirklich sagen, wie es ist, dann kriegen wir hier einen Shitstorm und genau weil das nicht passiert, findet das Thema keine öffentliche Fürsprache oder keinen öffentlichen Platz oder keine Klarheit und diejenigen, die sich dann sehr wohl, sehr klar ausdrücken, von sehr links oder sehr rechts, haben dann das Forum und das ist die Scheiße. Das ist die Scheiße. So darf es nicht laufen. Pass auf, wir werden jetzt die letzten Minuten mit etwas so verrückt, lustigem verbringen, dass dir der Atem wegbleiben wird. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Also, am sechsten, das möchte ich jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, am sechsten kommt dein Album raus, am siebten spielst du im Lido und wir verlosen Album und Konzertkarten und sie müssen uns, wir machen es sehr einfach diesmal, sie müssen uns sagen, wie heißen die Mitglieder von Studio Braun? Diese tollen, ihr seid toll, ihr wart toll, geht das nochmal irgendwann weiter? Ja, wir schreiben gerade an einer Serie Fraktus für einen großen Sender und dürfen vielleicht sogar eine Serie machen. Wer Fraktus noch nicht gesehen hat, ich möchte Sie bitten, sich diesen Film anzuschauen. Also ich, oh Gott, oh Gott, das ist so unglaublich, das ist ein so unglaublicher Film. Aber ich hatte ja versprochen, dass wir über etwas Heiteres sprechen. Deine Mutter klaute dir Waffen, Teile, Waffen, weiß ich nicht was, ich muss das jetzt konstruieren oder rekonstruieren, daraufhin klautest du ihr Geld aus dem Portemonnaie, um neue zu kaufen? What? Wo hast du das schon wieder her? Das stimmt auch. Wo hast du es immer her? Mann, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber was für Waffen? Also ich hatte sehr viele Waffen, vor allen Dingen hatte ich viele Messer unter meinem Bett, die ich jede Nacht, wenn meine Eltern mal nicht zu Hause waren, um das Bett auflegte. 13 oder 14 so Messer in so einem Igel-Modus und jederzeit, wenn ich zugriff, egal wo ich gelegen habe, war ein Messer da unten. Aber die Hauptwaffen, um die es ging, waren Schakos, selbstgebaute Schakos. Und du wunderst dich, warum sie deinen Bruder mehr geliebt haben, als ich dem Psychopathen da oben in Zimmer 2 unter dem Dach. Oh Gott. Oh Gott. Stimmt. Du hast recht. Fällt mir wie Panzer aus den Haaren. Oh Gott. Also auf jeden Fall ist es so, dass es um Schakos ging. Ich hatte mir selber aus Bleirohren, die mit an Besenstielen, also ich hatte über Besenstiele Bleirohre geschoben und das Ganze mit einer Kette verbunden und übte jeden Tag so Kung-Fu, Bruce Lee Tricks. Und sie hat irgendwann diese Schakos gefunden und es waren wirklich, wirklich Totschläge. Also ein Schlag über den Kopf und du wärst weg gewesen. Wir haben alles gespalten. Sie hat diese Schakos gefunden und sie mir weggenommen. Hat sie entsorgt, keine Ahnung, in den Müll geschmissen oder so. Mir hat es auch gesagt, die Schakos kriegst du nicht wieder. Und ich war extremst verletzt. Und dann habe ich mir natürlich in der Mittagsstunde Geld aus ihrem Portemonnaie geklaut und mir sofort Bleirohren nachgekauft, um mir wieder Schakos zu bauen. Die Schakos sind leider nie zum Einsatz gekommen. Aber du hast recht, das ist schon sehr lustig. Ja, so halblustig, wenn ich es mir so anhöre. Und traurig. Weil ich schon denke, ja. Weil ich weiß gar nicht, wie ich das... Du hast ja selbst eine Tochter, die jetzt erwachsen ist. Und ich versuche mir vorzustellen, du warst wahrscheinlich überhaupt kein strenger Vater. Na, gemischt doch. Doch, ich glaube an die Kraft von Regeln. Hä, das ist ja auch lustig. Anderen Podcasts sagst du, dass du totaler Fan von Anarchie bist. Na und Moment mal, du brauchst ja auch in der Anarchie, ich rede ja nicht von totalem Chaos, sondern ich rede von aufgelösten Hierarchien, wo jemand von oben Macht auf ein Volk oder auf Unterimstehende ausübt. Aber ich rede nicht von Regellosigkeit. Aber du glaubst nicht wirklich daran, dass sich in großen Gruppen nicht immer wieder Leute finden werden, die anderen Leuten folgen. Doch, das glaube ich, dass das so sein wird. Das ist doch das Drama. Also, die Anarchie hat ein großes Problem, das nennt sich die Tyrannei der Strukturlosigkeit. Ja, das ist also, wenn Leute nicht... Dabei hebt er den Zeigefinger, nur um ihnen mal einen Eindruck davon zu geben, was für ein arroganter Typen mir hier gegenüber sitzt. Allerdings. Das ist das Problem der Anarchie. Und ich glaube, dass es Regelwerke geben muss, um, wenn man so will, Machtlosigkeit installieren zu können. Also beziehungsweise nicht Machtlosigkeit, sondern die Macht gleichmäßig und horizontal zu verteilen. Woran ich immer noch glaube, trotzdem glaube ich an Regeln, an Benimmregeln. Ich glaube daran, dass man lernen muss, den anderen als gleich anzusehen, das Gleiche zubilligen zu wollen, was man sich selber zubilligt und so weiter und so fort. Nicht nach dem eigenen Vorteil. Der kategorische Imperativ. Genau. Lebe so, dass dein Handeln jederzeit... Genau. Und deswegen bin ich keinem Vater gewesen, der sofort gesagt hat, mach doch, was du willst. Überhaupt nicht. Ich habe versucht, meiner Tochter die strengen moralischen Regeln beizubringen, wie meine Eltern eigentlich auch beigebracht haben, dass es um Gleichheit geht und nicht um Ausbeutung und so weiter und so fort. Ist doch interessant, das ist wahrscheinlich das erste und einzige und letzte Interview, das du gegeben hast, in dem nicht einmal das Wort Pudelclub oder Golden Pudels Club oder so aufgetaucht ist, oder Reeperbahn oder Kiez. Wir haben sogar dein letztes Buch nicht mal. Wir haben nicht mal darüber gesprochen. Das ist traurig. Aber das Schöne daran ist, dass Sie das alles im Netz nachlesen können oder Sie folgen ihm. Unterstützen Sie Rocco Chamoni finanziell, indem Sie sein Album kaufen. Das kommt am 6. September raus. Musik für Jugendliche. Und oder Sie gehen ins Konzert, ins Lido am 7. Wir verlosen zweimal zwei Karten und das Album. Sagen Sie bitte, wie heißen die Mitglieder von Studio Braun? Was für ein heißes, flottes, super sexy, schlaues Trio ist das? Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar.radio1.de Und ich freue mich, dass du hier warst. In meinem letzten Song, der heißt Electric Love, Six Drummers. Ein kurzes Stichwort. Soll ich dazu was sagen? Ein kurzes Stichwort. Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt The Sound of Noise. Ich glaube, ein schwedischer Film. Der davon handelt, dass es eine sehr Studio Braun fraktuseske Szenerie, das eine Band aus allem, mit dem sie arbeitet, aus mit Baggern oder mit einer Geldkassiermaschine die einstürzenden Neubarten, sowas. Eigentlich ist es ein Film, der sowas auf höchstem Niveau transportiert, genau. The Sound of Noise. Und ich kann den nur jedem empfehlen. Und der Schreiber der Musik für diesen Film heißt Fred Avril. Fred Avril. Und der hat eben diesen Song geschrieben, den ich persönlich ganz toll finde. Ich danke dir sehr, Rocco. Ich dir auch. Vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Sehr bald, hoffentlich. Ja, würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen, euch, überall, egal wo ihr seid, eine gute Zeit. Passt auf euch auf, regelt euren schriftlichen Kram. Zeigefinger, meiner ist jetzt auch hoch. Und geht zu Vorsorgeuntersuchungen und seid freundlich zu den anderen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Radio 1 Hörbar Prost Bete. Bete. purity. Bete.